Untertitelung des ZDF, 2020 Für die, die jetzt hier mitpumpen, so fleißig wie Michel, dieser Kampf ist ohne Wertung. Bitte nicht berücksichtigen. Ich kann es sagen. Einlagekampf. Habe ich schon stehen ohne Wertung. Wer ist der Ringrichter? Ich habe den Namen so nicht aufgeführt. Wer den allerersten Kampf war ja auch nicht aufgeführt. Nein, den Ringrichter. Achso. Die beiden haben den jetzt. Der Coach auf der Leer steht im Ring. Wir starten gleich. Ring frei. Runde 1. Kommst du nicht durcheinander? Na ja. Ich weiß keine Ahnung. Ja, der Sheriff Morena ist da. Wir haben ja die nächste Woche in Sopport da einen Großkampf da. Und wir haben ja die erste Woche in Sopport, da werden wir da machen. Die Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dieses Jahr also 2017. Und sein Trainer Toleroy Jakic, der leitet jetzt hier gerade den Kampf. Ringfrei, Runde 2. Und dann hat er den so stehen, dass die Flächen am Augenzeugen haben. Und das hat mir vorliegt. Und den Augenzeugen kommt in 900 Euro. Und das Gleiche hat der Meister an seiner Haut abgemacht. Ja. Wir sind seit zwei Jahren. Ich bin ja auch schon. Ich bin ja auch schon. Aber ich weiß nicht, was man auch so wollte. Ich bin ja auch schon. 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 Wenn der lange gestanden hat, die Batterie ist ja auch bei denen gekämpft. Wenn der lange gestanden hat, die Batterie ist ja auch bei denen gekämpft. Der Anni macht die Zeit eine Ausbildung zum Bäcker. Er hat ein weiteres Komponente und zwar in der Serie in der Schwung. Er startet für Tusk Gerdesal. Der Anni, das ist der Boxer an der blauen Henke. Er bestritt uns ja 25 Kämpfe, 21 Mal für den Zerzsieger den Ring. Dieses Jahr wurde er erst mal die Gold-Medaille auf dem Black Forest Cup in Bedingenschwinn. Das ist ein Box-Turnier, an dem 15 Nationen teilnehmen. Also wirklich nicht zu unterschätzen. Betreut wird davon stecken mit Ring 2, Runde 3. Die heilige Komponente, die kennen wir ja wohl. Und ich nur, und Andrea ist vor allem, aber gut und gerne, aber Freunde. Und wir hatten auch, äh, alter Boxer, die hatte Ehrenlagen über den Ausweg, dass wir auf alle Veranstaltungen kostenlos reinkommen. Ja, da sind wir nur noch, wie wir können. Ja, da sind wir noch nicht. Aber jetzt ist es nicht gut. Nein, aber du machst das einfach mal gut. Das ist ja einfach mal gut. Das ist ja auch gut. Also ich komme ja ja auch mal für ihn im Regen. Jetzt schon, ne? Und da steht auf der Rückseite. Ja, da steht auf der Rückseite. In ganz Deutschland. Ne, ich habe in ganz Deutschland. Das ist ja auch. Ich dachte, du machst das noch nicht. Aber das ist ja so. Ja, da kommt's nicht. 15 Euro, ich habe jetzt einmal 15 Euro bezahlt. Ich gehe nie wieder hier hin. Was hier war, das weiß ich noch vom Rückfall. Fußball. Wir haben hier noch ein schöner Tag. Kurz hingehen, hat man einen halben Eintritt. Ja, ja. Das hat man hier auch. So, dann sind die Söchlinge, die noch nehmen keine Presse. Ja, dann darfst du auch gar nicht bloß filmen. Ja, ne. Ja, nur. Die heimischen Basse, die WZ und die Nummerzahler Rundschau. Ja, ja. Die sind ja bekannt. Die kommen ja öfters mal vorbei, oder? Ja, aber dann werden die auch mal hier keine bloß filmen, was ich nicht bezeichne. Das ist möglich. Da können die ja, die haben die Haus rein. Die können ja, ja, da ist die. In der Hausrechstelle, ja, da habe ich mich rausgeschmissen. Ach, ich? Ja, wo? In Bumperzahler, in Bernhard Freisburg. Ja. Ja, mich rausgeschmissen so. Da habe ich mir noch eine Mail gestellt. Hallo, Manfred. Schönen Dank für deine Arbeit. Ich arbeite mit ihrem Programm. Das ist ja nicht vielleicht fast ein Stückes Presse, bei mir, nicht mehr zu fotografieren. War das jetzt Profi? Nein, Profi. Also. Ich war der Universum.